Hallo und willkommen an alle, die uns zuhören. Heute geht es um Mara. Das ist ein südkoreanischer Film bzw. Thriller von Bong Joon-ho aus dem Jahr 2009. Genau, in diesem Podcast gibt es Spoiler, deshalb hier der Spoiler-Alarm. Genau, ihr könnt den Podcast natürlich wie immer trotzdem gerne hören. So, dieser Film ist, glaube ich, der erste, den keiner von uns beiden vorgeschlagen hat, sondern den wir zusammengekommen sind. Ja, wir können ihn ja kurz für euch zusammenfassen. Vielleicht haben einige von euch ja schon den Trailer dazu geguckt, aber wir machen das einfach mal trotzdem. Ich fange einfach an. Zunächst einmal sind die Protagonisten dieser Geschichte die alleinerziehende Mutter und ihr erwachsener Sohn Do-Jone. Ja, Do-Jone. Also ich glaube, wir können die jetzt nicht originalgetreu aussprechen, weil das sind ja südkoreanische Namen. Genau. Ja, und der Sohn ist geistig beeinträchtigt und sie ist eine extreme Helikopter-Mutter, die ihn kaum aus den Augen lässt und ihn nach wie vor behandelt wie ein Kind. Ich weiß nicht genau, ich habe mich oft gefragt, wie alt er überhaupt ist, aber ich würde so schätzen, vielleicht Anfang 20 oder so. Genau. Vielleicht gerade deshalb, weil er geistig beeinträchtigt ist und deshalb sehr kindlich wirkt, wird er auch von ihr so behandelt. Magst du weitermachen? Ja, genau und dann steigen wir mal in die Handlung ein, weil eines Tages, da betrinkt er sich in einem Lokal und dann geht er nach Hause und auf dem Weg nach Hause sieht er ein Mädchen, läuft ihm hinterher, macht Catcalling. Das ist so, kannst du vielleicht ein bisschen besser beschreiben? Ja, das ist eben so anzügliche Rufe, hinterherpfeifen, ich weiß nicht mehr genau, was er da genau macht. Genau, er sagt, glaube ich, auch, magst du keine Männer oder so. Genau, so hey, komm her und so weiter. Und genau das Letzte, was man dann in der Szene sieht, ist, dass sie einen Stein nach ihm wirft und er ist ganz überrascht davon und er ist dann verunsichert und schaut sich um und wendet sich dann zum Gehen. Und das ist dann das Ende der Szene. Genau, und am nächsten Tag wird das Mädchen tot auf dem Dach des Gebäudes, das sie sich im Prinzip versteckt hat vor ihm, aufgefunden und er wird sofort festgenommen. Da man am Tatort einen Golfball findet, den er am Tag zuvor mit seinem Namen bekritzelt hat, sieht man vorher in einigen Szenen im Film. Genau, und dann im weiteren Verlauf der Geschichte versucht die Mutter mit allen Mitteln seine Unschuld zu beweisen, versucht es mit einem Anwalt, der überteuert ist, versucht dann den besten Freund zu belasten, will was über das ermordete Mädchen herausfinden, ob da vielleicht ein anderer Mörder ins Spiel kommt. Genau, und am Ende trifft sie dann den einzigen Zeugen des Vorfalls, das ist ein alter Müllsammler, an den erinnert sich auch noch der Sohn und dann erzählt er ihr, was eigentlich geschehen ist, dass ihr Sohn dann den Mord begangen hat und weil sie das nicht wahrhaben kann, ermordet sie ihn und brennt sein Haus nieder. Genau, und am Ende wird ihr Sohn dann auch freigesprochen, weil dann ein anderer Verdächtiger beschuldigt wird und dieser ist interessanterweise auch geistig beeinträchtigt und er sagt dann verschiedene Sachen aus, aber denen wird überhaupt keine Beachtung geschenkt und er wird halt im Prinzip gleich als Unwahr und Lügner abgestempelt und sie machen einen sehr schnellen Prozess. Genau, und dann kommen wir auch schon direkt zu unserem ersten Thema, das ist die Polizeiarbeit, die wird ja sehr oft bei Bong Joon-ho aufgegriffen. Genau, auch in einem anderen Film, den wir schon gesehen haben, magst du erzählen, wie es dort war, so ein Vergleich? Genau, der Film heißt Memories of Murder, also wenn man von dem Regisseur nicht genug bekommt, ist es auch noch ein sehr guter Film. Und in dem Film ist es so, dass ein Polizist, der, naja, sehr hohe Ansprüche an seine Arbeit hat, auf ein Dorf kommt und dort sieht, wie die Polizeimethoden sind. Und die Polizei versucht die Leute einfach, indem sie sie beispielsweise foltern oder durch einfache Antworten oder durch irgendwie erschummelte Geständnisse dadurch sich die Arbeit leicht zu machen und schnell die Leute zu finden. Ja, er kämpft im Prinzip gegen dieses etablierte Polizeisystem, was sich da in diesem Dorf da etabliert hat. Genau, gegen diese schnellen Lösungen. Und am Ende verzweifelt er so sehr, dass er selber eine dieser Polizeimethoden anwendet, weil der Fall, den er da versucht zu lösen, nicht gelöst werden kann. Und wir haben ja in diesem Film, also in Murder, wieder dieses Motiv der Polizeiarbeit, die es sich sehr einfach macht. Und auch wieder sehr fragwürdig ihre Methoden verwendet. Genau. Beispielsweise stecken sie ihm einen Apfel in den Mund und dann wird ihm der Apfel aus dem Mund rausgeschlagen, so als Drohung. Genau, also es gibt häufig Gewaltandrohungen und wenn ich mich nicht irre, wird ihm auch im Prinzip gleich ein Geständnis in den Mund gelegt. Weil man halt auch dort bedenken muss, es ist schon wieder so eine ganz kleine Stadt, in der sich alle untereinander kennen und sie kennen ihn auch und sie wissen, dass er beispielsweise geistig beeinträchtigt ist. Und das nutzen die Polizisten ja auch total aus, um ihn zum Beispiel zu verängstigen oder um halt ein Geständnis aus ihm herauszubekommen, obwohl er beispielsweise noch nicht mehr mit einem Anwalt oder so gesprochen hat. Genau. Und was man ja auch sagen kann, ist, dass die Polizei in dem Film sehr bestechlich ist. Beispielsweise die Mutter bringt ständig der Polizei, also man sieht auch ganz am Anfang, dass er beschuldigt wird wegen etwas und das ist nichts Neues für sie. Also sie ist es sehr gewohnt, dass sie ihn von der Polizei abholt und sie bringt dann der ganzen Polizei... Kaffee, ne? Kaffee. Sie stellt ihn in allen Kaffeebecher hin, genau. Und ich weiß nicht, was sie noch alles zur Verfügung stellt, auf jeden Fall. Sie setzt sich ja auch irgendwann zu dem Polizeidirektor ins Auto rein, einfach so, und dann versucht sie ihm irgendwelche Heilkräuter anzudrehen, weil sie in einem Geschäft arbeitet, wo die verkauft werden. Genau. Und da sieht man... Und das scheint ja total normal zu sein. Also niemand sagt, dass es irgendwie strafbar ist oder so, sondern er lehnt es dann zwar ab, aber es wird halt als etwas total Normales angesehen. Genau. Und was ja auch interessant ist in einer Szene beispielsweise, werden die beiden von der Polizei angeklagt oder beziehungsweise von Golfern angeklagt, weil sie... Genau. Ihr Sohn und sein bester Freund. Genau, weil sie da eine Straftat begangen haben, sie haben... Einen Autospiegel abgeschlagen, abgetreten. Genau. Und davor haben sie noch die Leute, sich mit denen geprügelt und so weiter. Und dann sagt die Polizei, dann sitzen sie auch markanterweise auf der Seite der Polizei und die Polizei sagt zu den Golfspielern, ja, das lohnt sich für euch sowieso nicht. Ja. Genau. Aber wir waren ja schon bei dieser Bestechlichkeit und da können wir ja gleich zum nächsten Punkt übergehen. Und das sind die Taktiken beziehungsweise die Methoden, die die Mutter anwendet, um eben die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Genau. Da haben wir am Anfang ja auch schon ein bisschen aufgezählt, dass sie das beispielsweise versucht mit diesem Anwalt. Und wir sehen aber auch, dass der Anwalt, ja, selber auch ein bisschen eine fragwürdige Person ist. Am Ende sitzt er ja auch mit Prostituierten und ganz betrunken da und sagt, wie toll es ist, wenn er irgendwie eine niedrige Strafe bekommt oder ich weiß nicht genau, was das war. Das war auf jeden Fall eine ganz seltsame Szene. Ja, auf jeden Fall. Generell merkt man auch in diesem Film, finde ich vor allem in Bezug auf den Anwalt sehr stark, dieses Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich, weil sie ist ja sehr arm und der Anwalt ist total überteuert. Und es ist ein extrem begehrter und teurer Anwalt, den sie sich da kaufen möchte mit dem letzten Geld, was sie da zusammenkratzt. Und ich finde, sie wird halt sehr respektlos auch behandelt von ihm. Ja, also er nimmt sich auch vor Ort mit dem Sohn gar keine Zeit. Genau, so und eilt gleich zum nächsten Termin. Ja, das spricht eigentlich schon fast für sich, würde ich sagen. Absolut, ja. Dass da auch, ich finde, da wird auch sehr oft eben auf diese Tatsache angespielt, dass sie so wenig Geld hat und irgendwie der Sohn auch so das Einzige ist, woran sie überhaupt hängt. Beispielsweise, wenn man sie jetzt als Figur komplett herausnimmt, dass der Sohn eigentlich alles ist, was ihr geblieben ist im Leben und sie wirklich alles hergeben würde, dass es ihm gut geht. Ich finde, das ist sehr altruistisch, was da vor sich geht. Ja, vielleicht in Teilen etwas zu altruistisch, dass er wirklich alles aufgibt. Ja, absolut. Dann versucht sie eben auch später seinen besten Freund zu belasten. Ich wollte nochmal was zum Thema Altruismus sagen, was mir gerade eingefallen ist. Ich glaube, da ist die erste Szene im Film, also eine der ersten Szenen, glaube ich, die markanteste, wo er auf der gegenüberliegenden Straßenseite irgendwas macht und sie schneidet da diese Kräuter und sie guckt die ganze Zeit nur auf ihn und schneidet sich dann. Genau. Weil sie gar nicht auf sich selbst achtet, sondern nur auf ihn schaut die ganze Zeit. Und das ist mir jetzt in Bezug auf den Altruismus nochmal eingefallen, dass diese Szene für mich so mit die markanteste war, die das absolut krass gezeigt hat. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, dass sie dann versucht, den besten Freund zu belasten. Da ist es ja auch krass, was sie für Methoden anwendet, dass sie wirklich in das Apartment von diesem besten Freund eindringt. Ja, und dann stiehlt sie sich da auch einen Gegenstand. Genau, dieser Golfschläger. Ja, und auf dem Golfschläger befindet sich so ein roter Fleck und sie denkt ja, okay, das ist Blut oder so. Und sie macht dann auch ihren Handschuh darüber, damit es so eine Beweissicherung gibt. Genau, und dann läuft sie kilometerweise irgendwo durch irgendwelche Felder, dann zurück zur Polizeistation, um da diesen Golfschläger zu präsentieren. Und am Ende stellt sich heraus, dass es Lippenstift ist von seiner Freundin. Also hier sieht man auch, dass, ich meine, wir haben das ja bei der Polizeiarbeit gesagt, dass sie sich diese Verkürzung suchen und im Prinzip diese ganze Polizeiarbeit, die sie eigentlich machen müssen und vielleicht die Leute ansprechen müssen. Ich meine, wir sehen das natürlich auch nicht im Film, dass sie es machen. Könnte natürlich sein, dass sie es machen, aber ich vermute mal, sie machen das nicht. Und sie schauen eben tatsächlich nicht wirklich nach anderen Möglichkeiten. Ich meine, sie wird ja auch nicht wirklich ausgefragt deswegen. Nee, überhaupt nicht. Also es wird halt ein sehr schneller Prozess gemacht, finde ich. Ja, genau, der Sohn wird ja, glaube ich, auch einfach von der Straße weggeschnappt und dann eingefangen. Ja, und einfach in die Zelle gesteckt. Es wird ja auch im Prinzip, ihm wird ja auch im Prinzip gleich ein Dokument vorgelegt, ja, unterschreib mal. Und er unterschreibt es einfach. Genau. Er ist noch total verunsichert. Und vor allem in Bezug auf seine geistige Beeinträchtigung ist es halt echt ein krasses Verfahren, was die da haben. Und später aber eben versucht sie ja auch mit diesem besten Freund zusammen gemeinsam Sache auch zu machen. Genau. Und beispielsweise versuchen sie eben was über das ermordete Mädchen herauszufinden. Und da ist es ja auch, da machen sie diese ganzen Zeugenbefragungen. Genau. Versuchen auch die Privatsachen dieses Mädchens auffindig zu machen, zum Beispiel ihr Handy, um zu schauen, mit wem hatte sie da überhaupt Kontakt. Genau. Und an einem Punkt versuchen sie dann quasi auch diese Verhörmethoden von der Polizei, verwenden sie ja quasi auch wieder, dass... Genau, dass sie dann Zeugen so brutal befragen. Genau, und zusammenschlagen und die geben dann etwas zu und erzählen dann davon, dass sie eigentlich so als Reiskuchenmädchen bezeichnet wurde, weil sie nur für einen Reiskuchen mit jemandem geschlafen hat beispielsweise. Genau. Und da wird interessanterweise super viel Story um etwas gemacht, was im Endeffekt ganz am Ende total unrelevant ist. Ja, das stimmt. Und ich finde, das ist, glaube ich, das ist total faszinierende an dem Film. Genau, das ist ja auch so interessant, dass es wieder, so wie bei Lolita oder bei 500 Days of Summer, eine sehr subjektive Sichtweise ist, dass wir wirklich nur dieser einen Person folgen. Ja. Aber diesmal haben wir kein Voice-Over, was uns verrät, was eigentlich die Hintergründe dieser Figur sind. Und wir verstehen sie tatsächlich auch gar nicht. Ja. Wobei ich finde, sie hat ja im Prinzip nur ein Motiv, würde ich sagen. Und das ist einfach alle Mittel ausschöpfen, um ihrem Sohn irgendwie da rauszuholen. Ja. Und ich glaube, aber uns ist bis zum Ende hin nicht klar, wie weit sie dafür gehen wird, aber am Ende wird es ja dann deutlich, als sie dann den einzigen Zeugen ermordet, nur damit nicht herausgefunden wird, dass es ihr Sohn ist. Oder aus, wobei ich an der Stelle mich auch gefragt habe, bringt sie ihn um tatsächlich, damit es niemals rauskommt? Oder bringt sie ihn um, weil sie in dem Moment sich einfach so machtlos fühlt und einfach überfordert mit der Situation ist? Was würdest du sagen? Was ist da in dem Moment der Beweggrund? Also ich glaube, sie kann das auf jeden Fall nicht aushalten. Also, dass sie in diesem Moment das einfach nicht wahrhaben will. Ja. Genau. Und naja, danach diese Beweisvernichtung, ich glaube, die ist dann sozusagen dieses… Die ist schon das Rationale. Das Rationale, aber davor dieser Gefühlsausbruch, dieses Nein, das kann nicht sein. Ich glaube, das ist einfach nur, weil sie es einfach überhaupt nicht wahrhaben kann. Wobei ja dann auch so der Moment kommt, dass sie ihn ja in dem Moment ermordet, als er zum Telefon geht, um die Polizeiwache anzurufen, weil sie ja dann sagt, ja… Das kann nicht sein, dass er wird freigesprochen. Genau, er wird freigesprochen und der Müllsammler ist dann so, nein, das ist ein totaler Fehler, der war das doch. Ich muss jetzt die Polizeiwache anrufen und sie darüber informieren und denen das erzählen. Und in diesem Moment bringt sie ihn ja um. Genau, aber das ist ja, weil sie ja sehr schnell handeln muss, ja auch. Genau. Aber ich habe mich dann an der Stelle gefragt, vielleicht war es an der Stelle auch eben dieses… Ja, er darf es auf keinen Fall jemandem erzählen. Ja, auch das bestimmt. Genau. Ja, das bestimmt. Also vermutlich haben da viele Faktoren gespielt. Das war ja eine total überforderte Situation für alle. Und ich meine, er ist ja auch der einzige Zeuge. Das heißt, davor hat die Polizei ja keine andere Möglichkeit gehabt und könnte und kann immer noch… Er kann immer noch irgendwie herauskommen, aber mit einem Zeugen wäre das sehr schwierig, natürlich. Auf jeden Fall. Dann kommen wir auch auf den Punkt, dass hier in diesem Film die Wahrheit nur zum Teil gezeigt wird. Die Szene wird ja nicht zu Ende gezeigt. Und ja, das ist ja eigentlich der sehr spannende Punkt, dass wir von Anfang an diese Szene sehen und weil er sich zum Gehen wendet, überlegen wir uns gar nicht, wie es denn weitergehen könnte. Wir denken nur, er dreht sich um, er muss wohl nach Hause gegangen sein. Ja, und ich finde gerade dadurch, dass die Mutter die ganze Zeit auf dieser Unschuldsuche ist, da spreche ich schon auch einen unserer nächsten Punkte an, wird es ja auch total provoziert, dass wir sehr lange an seine Unschuld glauben, finde ich. Weil auch ständig eben neue Plotlines irgendwie geschaffen werden dafür, dass, ja, da muss irgendwas anderes sein. Es kann nicht diese einfache Lösung gewesen sein. Und ich glaube, das ist, glaube ich, dieser spannende Punkt, dass wir uns auch als ZuschauerInnen nicht mit dieser einfachen Lösung zufriedengeben, sondern wir wollen dann, wir wollen, dass es irgendwie spannender wird. Es kann ja nicht einfach sein, dass er das gewesen ist. Es wäre offensichtlich irgendwie, ne? Ja. Und vor allem, weil dann so viele verschiedene Sachen aufgemacht werden. Genau, das stimmt. Dann wollten wir noch auf den Punkt eingehen, so, was ist, wer denn eigentlich verantwortlich für ihn? Kann man ihn selbst verantwortlich machen für seine Handlungen? Ja, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, weil wir zum Beispiel auch an einem Punkt sehen, dass er, also zum Ende hin, gibt es ja auch diese sehr interessante Szene, in der er sagt, dass die Person, die dieses Mädchen ermordet hat, er spricht ja gar nicht von sich selbst in dem Moment, sondern von einer anderen Person, also er spricht im Prinzip von sich in dritter Person, dass diese Person, dieses Mädchen bestimmt auf das Dach des Gebäudes gebracht hat, weil sie so stark geblutet hat. Damit sie Hilfe bekommt. Genau. Und das fand ich auch einen sehr interessanten Punkt, weil er ja im Prinzip von sich gesprochen hat, dass er sie aus dem Beweggrund auf das Dach gebracht hat, weil er ihr damit helfen wollte. Nicht um irgendwie ein Racheobjekt da zu präsentieren oder zu sagen. Genau, das ist ja auch interessant, wie, wie das immer sofort so interpretiert wurde. Es wurde ja auch von den anderen Personen interpretiert. Ja, das hat einen, irgendein Schwein hat das danach so präsentieren wollen, was er gemacht hat. Genau. Und für ihn war das einfach in dem Moment ein Akt der, ja, der Hilfe im Prinzip, dass er das gemacht hat. Und da eben diese Verantwortung für diese Handlung an sich oder für alle anderen Handlungen ist natürlich auch die Frage, wer ist denn eigentlich verantwortlich? Weil extrem oft geht ja dann die Mutter hin und versucht, die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und eben besticht die Polizisten oder übernimmt die Kosten. Aber im Endeffekt, ist das denn eigentlich gerecht, dass ihr diese ganzen Kosten aufgebürdet werden? Ja, das ist ein spannender Punkt. Da sind wir wieder, ja, sind wir an dem Punkt, dass sie ihn ja wie ein Kind behandelt und es vielleicht auch überhaupt nicht als Möglichkeit sieht, dass er für seine Taten selbst einsteht, wie ein erwachsener Mensch. Ich glaube, das ist ja auch das Spannende daran, dass es für sie ja überhaupt nicht in Frage kommt, dass er irgendwie, ja, erstens kommt es für sie nicht in Frage, dass er es überhaupt gewesen ist, weil sie ihn ja für ein absolut unschuldiges Wesen hält, wie ein Kind eben. Ja. Und es kommt ja für sie auch überhaupt nicht in Frage, ja, dass er sich selbst verantwortet, sondern sie sieht sich ja absolut ständig in der Verantwortung, ihn da rauszuziehen, weil sie das Gefühl hat, dass er es selber nicht schafft. Ja. Ähm, genau. Und ich finde es aber auf der anderen Seite eben auch schwierig, ihm diese Verantwortung zu überlassen, weil er, er hat ja, er leidet ja einen totalen Kontrollverlust in den Momenten, in denen er, in denen er provoziert wird. In den Momenten, in denen jemand zu ihm sagt, du bist ein Idiot, rastet er ja komplett aus. Das war ja im Prinzip der Grund, warum er überhaupt dieses Mädchen ermordet hat. Darüber haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen. Dass er im Prinzip ja auch tatsächlich weggegangen wäre, hätte sie ihm nicht noch hinterhergerufen, du bist ein Idiot oder so. Genau, das ist ja total, also ich finde dieses Endes, diese Endszene ist ja auch, zumindest von diesem Moment, was passiert ist, ist ja auch extrem simpel so. Also diese, das ist ja ein, ein total einfacher Akt, weißt du, er, man weiß den ganzen Film lang, dass er provoziert wird und dann, und dann rastet er aus und in diesem Moment, schmeißt er den Stein nach ihm und er wendet sich zum Gehen und sie sagt dann, ja, natürlich hasse ich Männer, du Idiot oder sowas und dann, ja, und dann schmeißt er diesen Stein und man denkt sich schon in diesem du Idiot, okay, er war's doch. Ja, ja, absolut. Und, genau, und dann ist er ja auch total verzweifelt in diesem Moment, er, er schaut sich um und, und dann sieht man auch diese Gedanken, die er dann später beschreibt, als ja, er wollte nur Hilfe suchen. Genau. Und, und schleift sie da um. Genau, er, er versucht dann auch mit ihr zu sprechen, aber sie, sie ist wahrscheinlich sofort tot, nachdem der Stein sie trifft. Genau, der trifft sie ja am Kopf und, ja, das, das ist, das ist schon faszinierend. Das stimmt. Okay. Nun, hast du noch einen Punkt auf den du eingehen willst? Nee, ich würde wahrscheinlich zum Fazit übergehen. Dann kommen wir zum Fazit. Das Fazit. Okay. Was findest du denn positiv an dem Film? Also, ich finde an diesem Film absolut positiv, dass, also, es ist im Prinzip der Punkt, den wir ja auch schon erwähnt haben, dieses nicht wahrhaben wollen einer einfachen Lösung und deswegen dieses Verstricken und Verkomplizieren, von etwas, das finde ich absolut reizvoll an dem Film und es hat mich total fasziniert und ich finde, äh, natürlich die Figur der Mutter sehr spannend in dem Film, weil, ähm, weil es für mich dieses, dieser Inbegriff des Altruismus ist und dieses, ich würde alles für die Person machen. es ist für mich, ja, ich, ich finde sie ist eine unglaublich faszinierende Figur, obwohl wir so wenig von ihr erfahren eigentlich. Also, wir erfahren ja nichts über ihren Hintergrund, wir erfahren auch nichts darüber, warum sie zum Beispiel alleine mit dem Sohn ist, wir erfahren eigentlich nichts von ihr, aber gleichzeitig wird sie extrem gut charakterisiert, finde ich. Ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall super positiv. Was sagst du? Also, was ich positiv, super toll finde, ist, dass die Mutter in so ein Extrem verfällt, also ich, ähm, ich mag das auch vom Theater, ich meine, ich komme ja auch vom Theater, ähm, dass, dass eine Figur tatsächlich dafür, dass, für ihre Überzeugung tötet, was sie auch am Ende tut. Ja, ja. Und ich finde das einfach toll, dass es so, dass man hier eine Figur hat, die wirklich bis ins Extrem versucht, die Unschuld für ihren Sohn zu beweisen, bis an den Punkt, an dem es unmöglich ist und noch drüber und drüber das macht. Ja, für mich hat sich auch immer die Frage gestellt, ist sie jetzt eigentlich böse, so in gewisser Weise, weil sie einen Menschen umbringt, oder ist sie einfach verzweifelt, ist sie, das, also ich, finde, da müffen sich bei mir absolut die Gefühle, wenn ich an diese Figur denke, weil ich mir denke, sie ist eine Mörderin, aber irgendwie kann man sie schon nachvollziehen in dem Moment und das finde ich total erschreckend. Du baust so viel Verständnis für sie auf in diesem Film, meiner Meinung nach. Ja. Genau, würdest du sagen, es gibt was Negatives? Das finde ich total schwierig, weil ich finde, Bong Joon-Ho ist halt wirklich ein Regisseur, der weiß, was in den Filmen vorkommen muss, der sich eben auch so Sachen traut, wie eben diese extreme Figur zu zeichnen. Ja. Oder auch bei Parasite finde ich, ist ja auch keine unnötige Szene. Er hat... Vielleicht sprechen wir nochmal über den Film. Genau, vielleicht reden wir nochmal über Parasite, aber er ist halt eine Person, der, ein Regisseur, der, glaube ich, das Filmhandwerk sehr sich zu Herzen genommen hat. Absolut. Ja, also ich glaube auch aus der Sicht heraus, dass wir aus einer europäischen Perspektive schauen oder aus einer deutschen. Ich glaube, ich kann auch sehr wenig darüber noch sagen, weil das ja auch ein Film auf eine ganz andere Machart ist, weil das ist ja auch so südkoreanisches Kino ist nochmal was ganz anderes. Ich weiß nur, dass es mich irgendwie sehr begeistert. Absolut. Nee, ich hätte auch nichts Negatives gefunden tatsächlich. Also ich bin von dieser Machart wirklich sehr begeistert, weil wir auch schon mehrere Filme von ihm geschaut haben und das ist jedes Mal total faszinierend. Man denkt immer, dass dieses große Kino irgendwo aus Hollywood kommt, aber ich finde, seine Machart ist total überzeugend auf jeden Fall. Das stimmt. Genau. Gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest? Ja, nein. Also ich würde sagen, außerdem, außerdem kann man noch alle anderen Filme von ihm anschauen. Aber wie gesagt, das kommt vielleicht bei uns dann noch in einem anderen Film-Podcast. Ja, absolut. Und dann lass uns doch zum, zu unserer Seenseits-Filmempfehlung kommen. Die Seenseits-Filmempfehlung. Genau. Und ich würde einfach sagen, wenn ihr einen Film ansehen wollt mit einer Figur, die bis in die Extreme geht, aber die ihr nicht wirklich verstehen könnt, dann ist Marder auf jeden Fall der Film. Außerdem, wenn ihr einen Film schauen wollt, der eine ganze Detektiv-Story aus der Sicht einer Amateur- Detektivin aufdeckt. Ja, ein Liebesfilm der anderen Art. Die Liebe von Mutter zu ihrem Kind. Genau. Wir haben ja vorher die ganze Zeit Liebesfilm besprochen, das ist ja auch eine Liebeserklärung. Okay. Und was schauen wir nächste Woche? Genau, die Vorschau auf die nächste Woche ist, wir werden All of the Sudden, das ist der englische Titel, obwohl der Film auf Deutsch ist. Der Film heißt auf Deutsch Auf Einmal und ist von 2016 von Asil Ötzke. Genau, wir werden euch den Trailer verlinken, wenn es einen gibt, hoffentlich. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung. Über paypal.me slash Seenseits über Steady oder die unten angegebene Bankverbindung. Vielen Dank!